So und ja ohne den Startnachteil. Boah alter Mörsern. Ich möchte dieses dumme Jukas mal schaffen. Ich baller erstmal mit dem Quad los hier. Oh Warthog. Ich versuche mich nochmal am Flugzeug spielen lernen mit Controller. Donner direkt durch zu Charlie. Damit bremst man. Damit zündet man das. Oh das ist ja unirritierend. Okay. Wow flying disaster ist ja wirklich. Macht seinen Namen alles gut. Wer ich ein bisschen fliegen will. Okay. Boah ich glaube Flugzeug ist leichter mit Gamepad zu spielen als. Boah ich mache jetzt so einen Durchflug. Wuii. Oh Gott. Das war geplant. Okay. Wo ist der Feind? Was macht die Taste? Ich sollte jetzt nicht mit. Ich weiß welche Tasten halbwegs was machen. Was macht die Taste? Boah hier ist die AA. Was macht der linke Trigger? Er blendet alles aus. Ach dann kann man sie umgucken. Oh. Ist der Heli oder so noch irgendwo da? Ich sehe kein Heli. Aber wo sind die jetzt eigentlich alle? Ich flieg doof über die Map rum. Oh jetzt geht der Panzer. Mit Le Gamepad. Wuii. Yippie. Alter der Typ. Was los? GG with Marvin in the Tower Destroyer. Achso. Mann. Ich glaube der Typ hat mich getötet. Teamkiller oder was? Ja. Welcher Typ? Ist der ja auch noch in unserem Spot? Kevin schmeißt den wir aus unserem Spot raus, den Kasten. Äh. Team Setup. Was ist der? Ja nur gestorben der Mann. Oh da ist der ein Jet. Ich glaube da ist nur jemand ausgestiegen. Verdammt. Aber es hat sich trotzdem gut angefühlt. Panzer kommt zu A. Bräuchte Muni. Bräuchte Muni. Aha. Oh. Aus welcher Richtung? Dann versuche ich mal einen Anflug. Äh. Von B. Okay. Kann man so Gas geben? Ich glaube. Okay. Okay. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Ich seh noch keinen. Ich seh noch keinen. Ja sorry. Wart weg. Halt außen links. Links von B. Außen. Ah da. Oh shit. Ich treff nix. Oh da ist noch eine A irgendwo. Okay. Das ist sehr gut zu wissen. Ah da hinten steht die AA. Ich hab's markiert. Also ich. Hä? Ich weiß ja nicht wie soll ich gehen. Aber ich fand mich sehr gut. Spack wohl schon wieder in unserem Squad. Achso. Soll ich mal auf Privat stellen? Flying Disaster. Kick. Set Private. Wo ist unsere AA? Ach ne die AA ist bei einer der Maps ne? Bei einer der Flangen. Oh ist das schlecht. Alter wie viele Panzer fahren denn da rum? Ein paar. Warum steht unser Flying Disaster Fuzzi mitten zwischen den Panzern und schießt nicht? Hey wir haben ja auch eine AA. Und jetzt hat er mich auch noch selbst getötet. Aber er hat die AA von denen gesnackt. Und ist nice. Hey brauchst du Ammo? Hier nimm Ammo. Kann es sein, dass man das Ding einfach gar nicht mehr benutzen kann? Was sind das für Geräusche die hier erscheinen? Panzer Richtung B. Napper schießt. B. Hier oben kommt der Turm. Ich latsch mal zu C. Drei Panzer bei B. EPC bei B. Bei B ist ne Menge. Ich glaube alle von denen sind bei B. Oh wenn wir einen Commander hätten könnte der wenn wir C haben dieses Rundumflieg Flugzeug beschwören. Das hat immer Spaß gemacht darin zu sitzen. Ach so auch im Dreier so geil. Wo du das Ding selbst fliegen konntest. Und einfach rat rat rat. Nee konntest du das? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war es im Dreier cooler. Oh die AA ist gespawnt. Wie praktisch. Konntest drin sitzen und schießen. Ja. Komm Xilion ins C. Jo. Oh shit. Panzer von E. Glaub ich hab's gleich. Ja. Wir halten fest. AA gegen Panzer. Tendenziell gewinnt der Panzer. Ah Lehmann Go ist direkt unter der Schüssel. Nehmen wir doch mal C4 mit. Ja. Ich mach auch mal Pio hier. Das macht keinen Sinn. Sturmig. Panzer bei C. Ja. Der klang recht nah. Du stehst direkt dahinter. Kann das sein? Oh shit. Er ist nur disabled. Ich dachte ich hab ihn umgebracht. Ja wenn du bist so ein Hohlfurz ey. Sieben Leben hat der noch. Das gilt doch nicht. Dann hätte das C4 locker weg machen müssen. Kletter immer noch. Was kannst du eigentlich? Hallo. Ich war immerhin dran und hab C4 angebracht. Was hast du gemacht in der Zeit? Ah la. Hast du ihn wild gemacht? Hast du ihn wild gemacht? Hast du ihn wild gemacht? Okay wie hat er mich jetzt hinter der Dings gesehen? Termal. 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 Und er weiß dass ich hier in dieser coole Hocke. Aber das ist nicht gut. Oh. Dümmster Spawn ever. Tut mir leid. Jetzt hab ich mit dem RPG da drüber geschossen. Das ist noch ein Panzer. Boah die jagen uns aber auch. Wieso nimmt keiner B ein während wir hier fünf Panzer äh. Shit. Binden. Er wollte mit so Vollidioten spielen. Na ja. Na ja. Na ja. Hm. Jetzt wird einer zu B. Sehr schön. Ach der Heli flackt auch immer noch rum. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich fahr mal fix zu sie. Ich fahr mal fix zu sie. Während sie alle. Abgelenkt sind. Auf die Schnüre gefallen. Oh. Hier schnippert schon. Meckst ein Eimer hier. Hat er mich gesehen? Ja er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Ich fahre mal die Steff-Shell rein. Zack. A-A bei E-E. Schön aus dem Eck, Marv. Schön. Ich glaube, er weiß, dass du da bist. Oh, man kann jetzt hier spawnen mit der APC einfach. Alter, warum ist der nicht tot? Das gibt's ja auch nicht. Ich halt's auf ihn mit der APC. Das war sehr praktisch, dass ihr gerade eingenommen habt in der Zeit. Oh! Och, dieser dumme Hannes macht Team-Kills. Ich hab ihn. Wieso ist der so pisst? Kevin, ich reparier mal kurz. Oh, danke. Aber jetzt immer noch die A-A irgendwo, oder? Ja, die A-A ist tot, glaub ich. Und ich hab sie nicht gekillt. Oh, Heilung. Ich hab nur Moon. Oh, Flying, du saß das bei mir drin. Das ist ja ärgerlich. Alter. Ja. Ja, jetzt ist halt einfach der Typ, der dich hier... Ah, ja, nee. Ah, die A ist noch da. Der A steht bei Dora. Richtung Dora. Ja. Das war halt wirklich der Typ, der dich ja ganz sätzig hier angebastelt hat. Ja, ja. Natürlich. Machen wir doch mal eine A-A kaputt. Wo sie hin? Da sind. Boah. Er macht ja nicht mehr den Panzer-D. Er ist disabled. Er ist ausgestiegen. Man könnte die A snacken. Aber brennt. Ja, kannst du nicht reparieren. Wo ist der? Ups. Dafür schießen jetzt Leute auf uns. Viele Leute rechts. Okay. Ein Rakete habe ich abgewehrt. Ich rutsche die ganze Zeit so halb runter. Der sitzt rechts. Wart halt auch nicht. Der legt ja schon wieder Z4 an mich. Oh nein, das ist ein böser Panzer. Ich muss nachladen. Er hat nochmal geschossen. Was hat dieser Flying eigentlich? Weiß nicht. Habt ihr mir irgendwas getan? Nein. Sicher. Er wirkt recht... Aufklären. Wenn siehst, schieß mal direkt den Kopf. Geht's Teamkill-Punish? Nein. Oh. Na dann. Versuche ich mich nochmal am Flugzeug fliegen. Ja. Zack, Gamepad in die Hand. Wenn der Heli jetzt starten würde, wäre das so schön. Wuiiii. Wuiiii. Oh, voll daneben gesämmelt. Oh, voll daneben gesämmelt. Der ist so klein auf meinem Display. Wo ist er überhaupt hin? Das sehe ich nicht mehr. Oh shit, der Jet ist grad gestartet. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ich meine, ich bin schon schlecht mit dem Jet, wenn ich weiß, was ich tue. Aber mit einer neuen Steuerung. Ich kann Feli über B und E. Wo sind wir da? E? E? E, E, E? Ich kann Feli von denen über E, ja. Boah, weißt du? Guck mal. Guck mal. Ok, du seh' mir. Ich seh' mir nich. Shit. Ach, da unten? Ach Gottchen. Direkt drüber. Huch, irgendwas führt hinter mir her. Ich bin ja offline getötet. Ach, da ist der Henni. Das ist immer eine gute Tat, gefällig. Jeden Tag eine gute Tat. Huch. Ich glaube, ich würde es einfach ein bisschen mit dem Ding hier rumflacken. Jetzt müsste ich nur noch Bodenziele sehen, dann wäre ich happy. Ah, von dem Berg, rechts von A. Also zwischen A und, ähm... D ist es denn, glaube ich. Das sind irgendwie Leute. Man bräuchte so Thermaloptik, äh, für... Huch! Ich hab ein Jet am Arsch. Oh nein! Wer weiß, dass ich schlecht bin? Wie wechselt man eigentlich Waffen hin und her, wenn man hier in diesem Heli sitzt? Ah, links und rechts. E-Mir wird eingenommen. Ups! Ja, immer battle mit dem 4. 4 cooler als das 5 war. Nein, ist okay. Ich versuche zu lernen. Alpha verlieren wir übrigens auch. Ich gehe mal kurz in den APC, der Alpha ist. Ich würde sagen, wie Kevin sagen würde, im Bauhaus sitzt einer. Er war direkt vor dir, Patebeer und Branche. Ich würde sagen, Sally. Lange entdeckte Typ. Alter, der Spanko steht schon wieder vorne. Schieß mich mit 24 weg. So, ich glaube, ich habe Alpha gerettet. Da soll man rankommen. Aber da bleibt mir etwas sehen. Oder so. So, Delta haben wir. Was könnten wir noch gebrauchen? Da vorne stehen böse Menschen. Ne, warte mal. Es ist ein Heli. Vielleicht sind da böse Menschen ausgestiegen. In und her mal. Panzer? Oh. Shit, ich habe jetzt schon meinen Schutz gezündet. Das ist schlecht. Er hat jetzt Schutz gezündet? Okay. Hier vorne läuft jemand! Ich war früher voll gerne Panzerfahrer. Ich glaube, ich habe ganz Battlefield 3 und 4 nur mit Panzern geskillt. Gelevelt. Apropos leveln. Boost aktivieren. Warum? Das brauche ich dann mal bei einem Bär hier. Mit dem ins Kampf geschenkt. Hier liegt einer. Hier liegt einer. Der Typ rennt um mich herum. Erkennt nicht, dass ich ein Böser bin. Denkst du so, aha, interessant. Mhm. Dann machst du mich einfach weg. Die Sniperdwehr. Unter dem Helipad, unter dem Helipad. Hab ihn. Panzer? Komm wieder. Irgendwann ist der AA. Oh, der muss mit einem stücklichen Vorfahren mal. Oh, Flugzeug! Von unter der Schüssel kommen sie auch wieder hochgeschissen. Der Flugzeugpilot springt ab. Ist am Fallschirm direkt über uns, Bär. Ich bin tot. Oh, shit. Alter, Sniper von E. Fuck you. Alter, Alter, egal. Nee, früher hatte ich einen Panzer auch immer den Doppelzoom drin, weil man damit voll gut über die Range andere Panzer wegfetzen konnte. Ey, ich flippe ja auch. So viele Panzer haben die, ey. Genug. Ah, bei C ist auch einer. Hä? Von hinten? Ach, von oben. Weißt du, können die unsere Panzer auch klauen? Natürlich. Ach, das war der dumme Jet. Und nein, sie haben es inzwischen gepatcht, dass man nicht mehr sofort die Zielsuche-Munitionen losgeht. Schießen kann. Ist ja schade. Sehr gerne. Er kommt wieder auf uns zu. Aktivschutz ist raus. Die nächste trifft. Ey, was hat denn der für krasse Raketen, dass der da diese... Alter, wie hat der mich denn jetzt da... Die Hydra-Raketen schalten doch nicht auf eigentlich. Aber irgendwie fliegt der ganz langsam. Ach, stimmt. Ich glaube, der Bomber hat doch einen zweiten Sitz, oder mit so Laser-Raketen. War da nicht mal was? Aber wo ist ein Panzer? Der hat drei Kills noch und dreimal mich. Was ist das hier, oder was? Kacken, so abbraten. Versuchen wir nochmal an der Frogfoot. Ah, auf der... Hattest die AA, die da mitten über dieses Ding fährt. Das ist ja schlecht. Ich verstehe nicht, wie Leute mit diesem Ding was treffen können. Können Sie irgendwie reinzoomen? Gibt es denn eine Taste, die reinzoomt? Der hinterher schüsselt, oder was? Change Weapon. Ach, das haben die gepatcht, dass man aus dem Flieger rausschießen kann, ne? Was? Ey, ist weg. Ich versuche gerade, der einen Flieger zu jagen, aber ich bin ein schlechter Pilot. Ich habe ihn immer in einem Eimer getroffen. Versuche mal, Dora wieder einzunehmen. Oh Gott. Hey, ich lebe. Also, ich habe geparkt. Jetzt stehe ich hier. Ob ich da jemals wieder rauskommen, ist die Frage. Ähm. Ach, shit. Wieso hat mir jetzt unser eigener Panzer abgeschossen, wenn er nicht da stand? Ist ja jetzt... Ja, aber es war nicht, weil... Nee, das war ein anderer Typ. Deshalb. Hat mich so irritiert. 1-24, der Typ. Hey, Morph. Andere Sachen, ist viel besser. Wir haben einen mit 19-0. Der sitzt auch in irgendeinem Kack-Panzer. Ist nicht so dumm, diese Panzer zu knacken. Die Stimmen ist auch alle in den Berg runter. Da ist noch einer in den Berg und er gewallert, ja. Ich habe noch schnell aus der Hüfte eine Rakete hoch und abgeschossen. Durch fünf gegen den Typen, der hat 13-1, das gibt es ja überhaupt nicht. Wer ist Arnold oder was? Ne, Libero. Ja. Also egal, einer mit den Bein spacken oder so. Wir müssten halt noch irgendwie deren Luftrohr heute brechen und dann könnten wir von oben... ... vorbei. Arnold... Ich könnte mich nochmal an dem Jet versuchen. Obwohl, ich versuch's. So, angeblich ist da irgendwo ein Panzer. Ja, Panzer, genau. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn mit bloßem Auge nicht. Wo ist denn dieser Arnold? Und ein Standard, der C. Jetzt fährt er oberhalb der Schlüssel. Oberhalb der Schlüssel? Oh! Oder? Ah, ich sehe ihn, glaube ich. Hab ihn. Jawohl. Na gut. Verliert C. Ups, dann habe ich gesehen. Verliert C. E. Was ist denn? Ich krieg nix her. Ich sehe einfach feindliche Fahrzeuge nicht. Ok, let's move. Jetzt ist wer ein Heli eingestiegen. Jetzt, wo ich gerade den Anflug vorbei hatte. Mit diesem Jet, ne? Äh, ich... Beziehungsweise... Äh, 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 äh... Oh, da ist der ein Transport-Heli. Immerhin fliegt der... Oh Gott, zieh hoch! Ich bin kein guter Gamepad-Spieler. Kein guter Gamepad-Spieler. Kein guter Jet-Spieler. Kein guter Gamepad-Spieler. Ah, Übung macht den Meister. Hey, jetzt nehme ich den Jet. Klima wieder kurz mit Maus und Tastatur. Aber nur, weil ich's kann. Geht auf Dora. Ich bin schon bei Dora. Ich war bei Dora. Wie, dein Panzer? Was? Der Arnold hat mich mit dem Panzer ohne Gelenk... ohne Lenkschüsse einfach nur weggemacht. Wer hatte ich bei Dora? Was? Äh, Z-Karl. Panzer oder Fuß? Nee, nee, Fuß. Ja, Chapeau, Alter. Leute, die mit dem Panzer fliege Jets runterholen, haben generell einen Platz verdient. Oh, jetzt sind sie auch mit ihrem Angriffsjet unterwegs. Ah, ich war schon mal besser mit dem Angriffsjet als mit dem normalen. Äh, mit dem Maus und Tastatur. Du wirst es echt mal lernen, ey. Den Typen, der auch nicht los ist, Marvin, den hab ich. Unter dem Fett, ja. Helipad. Ja, ja, genau. Ist die Kazatka unsere AA? Nee. Hey, mach, ich helfe dir. Am Typen ist die gleiche. Es müssen alles Tunguskos sein. Oh, da ist der Jet. Heli. Bei D. Oh, Heli gespawnt. Einer unter dem Helipad. MBT hab ich schon draufgerichtet, aber die können nicht spawnen. Okay. Na gut, dann nehm ich mir doch ne Heli. Oh, shit. Er wird weggemacht. Wie schaffen Leute es so akkurat zu fliegen? Als würden sie es lernen. Als würden sie üben. Oh, ja. Puff. Jupp, da kommt er umgefahren. Ich dachte, unser APC fährt noch ein bisschen vor und macht da ein bisschen Stress, aber nein. Aber nein. Ich versuche mich noch mal am, am Kampfjet, damit ich uns die Luft hochheizte. Sport Heli von denen über E. Brauch ich mal, wenn man macht einer? Okay. Okay. Wir können, wir können. Hä, wie kann man denn mit in diesem Jet hier die fucking Waffen switchen? Oh Gott, jetzt werd ich auch gejagt von dem Dude. Wenn ich doch nur Skill hätte! Und nicht dauernd... Mag ich hinter dir kommen zwei von der anderen Seite? Von... Vom... Mausgedöns ab. Großer. Ja, dann hab ich. Der andere schießt auf den. Hab ich. Ist auch noch ein Panzer. Jetzt hab ich Active Radar. Okay, jetzt. Sind beide deren Jets, glaub ich, grad down. Also wir hätten jetzt ne gute Chance, was zu machen. Boah, ist das krampfig mit... Gamepad. Da hat mich einer. Kowal. Warum bin ich jetzt noch wieder? Okay. Hat einen weggeschossen vom Krott. Okay, sie nimmst wieder einen. Wir wissen, wo ich bin. Waren. Z-Kader. Alter, scheiße. Wir haben auch gut Glück mit der... ...mildem MG reinholzen. Alter, fuck you! Oh. Diese Panzerwichser, ey. Ich hasse sie. Arnold. Arnold steht schon wieder unten bei... Boah, du hast so schwitzige Hände vom Jet fliegen. Zufällig? Ich hab Mut, ne? Ich hab Mut, ne? Wahnsinn, ne? Der ist so schnell in seinem Panzer drin zieht und du bist tot. Ja. Ich geh mich ganz schön auf die Nüsse, oder? Na, da steht ein APC, okay. Ob der da allein ist, oder ist er nicht so zu weit? Weiß es nicht. Ich kann jetzt mal in der Todmann, aber er hat noch 27. Ist er weg? So, keine Ahnung, die sind alle weg. Irgendwas ist da gerade explodiert da unten. Oh shit. Ich bin explodiert. Also, jetzt gerade. Nachdem ich versucht hab, einmal so einen fucking Bodenanflug zu machen. Gott, im Himmel bin ich schlecht in Flugzeugen. Aber es hilft ja alles nischt. Lernen muss gelernt sein. Ja, ganz cool, eigentlich mit Gamepad das mal zu lernen. Obwohl es mir ein bisschen zu unempfindlich ist. Oh Moon, Marvin, ich brauch Moon. Wo bist du denn? Ich hab die ganze Zeit B-bombardiert. Wir werden vom Panzer beschossen, Marvin. Aussteigen. Da rödelt mein Gamepad los. Frechert. Nehmen wir Panzer, nehmen wir Panzer mit. Panzer ist immer noch. Ziemlich elegant, musst du zugeben. Ja, ist halt rein, aber es hat bestimmt gar ausgesehen. Ist Marv schon wieder irgendwo gegen gefahren? Kommt ein Panzer runtergefahren? Von D. Ich bin jetzt auch ein Panzer wieder. Lieblich krieg ich die... Wir kommen Pfeiler, sehr gut. Wo kommt die hier? Alter, der Scheiße. Da wollte gerade eine an unsere Base fahren und Panzer klauen mit einem kleinen Quot. Krass, diese Thermaltarnung, ey. Völlig gut. Weg. Wo braucht ihr Panzer-Support? Überall. Oh, dieser Jet schon wieder mit seinen Laser-Raketen. Krasser Scheiß, Alter. Oh, IPC bei D. Aber ich komme zu dir, ich habe nur noch vier Schuss. Ja, komm zu mir. Ah, die hatten da einen Spawn-Bacon. Hö? Marvin, Vorsicht. Im Osten ist ein Panzer. Na komm, sag die. So. Ey, mach! Ich bin wieder on. Das war so schlecht. Irgendwann hier sind schon wieder C. Hält die Brücke noch? Ja! Das war genau dafür gedacht. Hier laufen ganz viele böse Leute vor mir. Alter, sehe mich nicht schon wieder. Ey, du kannst mich mal am Arsch lecken. Das ist ein Scheiß-Anhalt, ey. Mann! Da steht die ganze Zeit nur drin. Oh, jetzt kann ich mal mit mir einen Panzer spawnen? Ich habe hier eine sehr gute Sicht auf die Guots. Geht hier noch was? Hallo! Jetzt kommen halt bei, ey. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Auflegen. Volle Action, ja. Volle Action, ja. Wir haben den Server gefüllt. Versehentlich. Igatus ist jetzt umgestiegen auf nicht mit einem Scharfschützgewehr abzuschießen. Bitte was? Igatus ist irgendwo bei E mit einem Scharfschützgewehr. Schlecht rum auf dem Berg. Boah, nur mit dem Geschütz ist es echt schwierig, Infanterie abzuholen. Oh, der ein Heli fliegt hier. Und der andere auch. Beide Helis fliegen hier bei Emil rum. Lora geht, Lora geht. Lora geht. Ich weiß nicht, irgendwie haben die hart die Luft heute und ich komme nicht dagegen an. Das ist sehr frustrierend. Achso, ne, ist privat. Bin ich denn? Ich bin, ne, ich bin bald im Team. Ach, cooler ist voll. Was? Ja, der Typ ist weg. Kannst du mal Kiste legen? Der Transporthelich spackt über unserem Spawn rum. Gehst du, gehst du, gehst du, gehst du, gehst du. Ja, 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 ja. Ups. Was denn hier los, Alter? Ich spawne hier und sofort in US-Panzergefecht rein. Brenne schon, weil mir ein Arsch geschossen wurde. Von vorne bratzt irgendwas anderes auf mich. Was passiert hier? Panzer kommt von unten. Da ist noch ein Heli, der schießt. Hubschrauber. Was? Zum Henke. Darauf ein Beruhigungs-Energy. Marvin, jetzt hast du die Kiste weggepackt wieder, oder was? Nein, ich hab nichts gemacht. Die Kiste ist weg. Ja, die explodiert auch manchmal. Ich hab nichts gemacht. Nimm dir hier einfach die Kiste weg. Wie better geht. Oh, ich versuch mich nochmal am Fliegen. Wünscht mir Glück. Panzer. Ich setze in die neue Kiste. Alter, aber werde ich beschossen, wenn ich hier in die neue Kiste nicht will. Hier hinten hast du eine neue Kiste stehen. Okay, ich hab deren Heli einmal empfindlich getroffen. Glaube ich. Hoffe ich. Ich bin jemandem nicht an. Wo ist der Heli? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist der Transport-Heli? Der hat gerade dann fliehen. Ja, Mann. Oh, der ging hin. Ich glaube, du hast in den besten Zeiten verpasst. Wir hatten eben noch einen Teamkamera, der uns die ganze Zeit die Luft gesprengt hat. Das war ganz toll. Das war mein größter Traum. Objektiv Delta, jetzt verloren. Objektiv Delta, jetzt verloren. Objektiv Delta, jetzt verloren. Hey, krass drauf. Der scheiß A040-2, ey. Lass ihn doch mal penetrieren. Ja, der steht die ganze Zeit unten bei C. Und ich weiß nicht, warum wir immer noch versuchen C einzunehmen. Sondern wir einfach nur stehen lassen, natürlich. Ich war ewig nicht mehr bei C. Deswegen tötet der mich vielleicht auch nicht. Ja, mich tötet er auch nicht mehr, sag ich nicht. Ich möchte C gehen. So, wo ist er denn da? Ganz weit war bei C. Ich kann auch nicht auf der anderen Seite. Ups. Gott, der Dude denkt sich auch, wie schlecht fliegt der Dude hinter mir. Und ich so, ja, sorry. Ich würde dich gerne schneller killen. Und dir dieses Elender sparen. Aber ich kann nicht. Weil ich schlecht bin. Tut mir leid, Kollege. Du denkst dir wahrscheinlich so. Das ist echt... Mein Hirn kommt nicht damit klar. Zugleich den Daumen und den... Oh Gott. Hey. Wer von euch war das? Ich. Schön. Ich versuche gerade mit dem Gamepad fliegen zu lernen und mein Hirn kommt nicht drauf klar, den Daumen weiter zu bewegen, während ich mit der Taste auf Schießen klicke. Das... Es geht nicht in mein Hirn rein. Wie lange mit dem Hände hergeflogen? Alter Verwalter. Das war lange und peinlich. Aber konnte man nicht? Team Setup. Nein. Customize. Vehicles. Transport. Attack Jets. Genau. Er hat diese JDAM Dumpfire Bomb, oder? Ne. Hat er die TV Guided Missile? Laser Guided. Ah. Genau. Ich denke, wir sind einfach nur Panzer. Na, versuchen wir es auch mal mit dem Ding. Vielleicht treffen wir dann irgendwas hier immerhin. Ich hab voll vergessen, dass es ja hier eigentlich auch so ein asoziales C4 Quad gibt. Ja. Das gibt es. Hat doch nicht mehr funktioniert. Alter. 9 zu 20. Ich glaube, so ein Schleswig-KT-KD hat nicht mehr funktioniert. Wenn ihr fertig seid. Huh. Hey, Banana. Bringen uns in Sicherheit. Unter uns sind böse Leute. Echt nicht? Das gibt's. Geil. Mein Gott. Also das halten sie weggepatcht, dass man das so dran klemmen kann. Ah, da ist der Arnold. Da hat man ihn schon gesehen. So fühlt sich Bär, also wenn er einfach nur Leute wegmachen kann. Ja. Auf dem Turm steht einer. Hier ist er runtergesprungen, die Fallge sah. Arnold, bewegen. Was machst du? Okay. Sorry, Kordi Bär. Du warst zu nah. Hat man es ja rausgewinnt? Nein. Ich bin doch nur in der Rakete. Ah, scheiß mal auf das. Als ob ich jetzt ein Flugzeug treffe hier. Oh. Okay. Hey, da ist noch ein Flugzeug. Da auf dem Berg sind drei Leute. Aussteigen für mich. Ich hab sie vier dran. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Aussteigen, aussteigen. Autsch. Was geil ist, ich wollte schön mit der TV in den Panzer rein und habe mich an irgendeinem Baum hängen geblieben. Das war eine Frechheit. Das gehört sich nicht. Ich würde jetzt gerne noch mal mit unseren Techjet starten. Jetzt habe ich die Laserguided Missiles drin. Ab jetzt wird alles besser. Aber da ist schon jemand drin in unseren Techjet. Frechheit. Chrissi, danke für den Tipp mit dem C4 Squad. Mit dem was? Mit dem C4 Quad. Hast du Arnold weggebombst? Arnold weggebombst. Ich dachte, das hätten die hier gepatcht. Nee, es ist erst im 1er gepatcht worden, dass man, dass es abrutscht von Pferden und Fahrzeugen. Ach, geil. Das ist ein Bettkampferd in Teil 3, wo er es so konsequent gemacht hat. Okay, also machen wir jetzt C4 Quad Action aus. Ja. Warte auf mich, warte mal auf mich. Arnold ein Quad, Mann. Ich habe es schon. Ich bin da. Pippi ist platziert. Ich versuche mich noch mal in der Frogfoot. Ich freue mich jetzt schon so. Oh, ich sehe euch da beide über die Map ballern. Oh Gott. Also wahrscheinlich... Bei Dora ist die AA. Links vorm Helipad bei Dora ist die AA. Falls ihr auf die ballern wollt. Aber ihr fahrt da lang, okay. Ich habe Fahnser. Und der C4 ist... Hm, sieht schön aus auf der Map, ne? Ich bin da aber auch so schnell als ich. Umschalttaste, Marvin. Hast du schon wieder vergessen, oder was? Klar. Kraftstütze schießt auf mich. Fahnser kommt zu Bertha von Dora. Correct. Warum ist hier kein Fahnser? Boah, die AA ist direkt jetzt schon auf der Straße von D zu A. Packt der Heli hat mich. Ja, der scheiß Heli hat mich auch. Ey, über die ganze Map ballern. Es ist statt, irgendwo hinzufahren, wo man ihnen Ziele sagt. Wo sicher Ziele sind. So fahren sie über die ganze Map und lassen sie sich wegschießen. Weil ich von hinten nach D fahre. Bei B hatten wir die schon weg. Sorry, aber... Oh, hier ist direkt vorne. Nein! Du schießt auf mich. Ey, fuck you, Arnold. Fick mich. Wo ist der Arnold? Wo ist der Arnold? Bei E. Krass, mit der Laser-Racki, da trifft man auch immer was. Bei E. Bei E stand er, ja. Geh mir. Geh mir. Geh mir. Geh mir. E, Quot, bei B. Huch! Oh Gott! Irgendwo gegen gefahren. So, wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Sag mal, wo der Panzer ist. Ich hab... Killassist. Ich hab erstmal hier... Alter. Also ich hab die AA habe ich. Ja. Wo ist der Panzer? Ich bin bei Dora. Alter, was schießt ihr auf mich, ey? Der Heli. Dieser scheiß Heli. Mach den halt weg jetzt. Ich versuch's doch. Was sitzt du denn im Kackflugzeug? Ich möchte's doch mal lernen, mein Gott. Und dieser Server ist hier angenehm ruhig, dass man's halbwegs lernen kann. Was? Ah, da oben ist er. Wir verlieren B. Heli hat 50% kassiert. Ja, 3 hat er nur völlig neben ihm. Zivier, in 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 Zivier. Ehrlich? Wo ist der Panzer? Er fährt grad zu Delta. Von wo? Er ist direkt am Eingang zu Delta dran. Ich hab ihn einmal mit einer Rakete getroffen. Von E oder von D? Von E. Delta, hast du gesagt? Ja, Delta, Eingang von Emil. Richtung Emil. Alter, wie kann das denn sein? Uah! 3,38 von meinem Kotter. Smart Rockets hat er. Die miese Sau. Wie lange hat er mich jetzt gejagt? Chrissy, ich kann ihn sehen, aber ich kann ihn bei dir spawnen. Fuck. Oh, da fährt er zurück, da fährt er zurück. Direkt durch, direkt durch. Ich brauche das nicht. Panzer kommt zu Beta. Come on, come on! Nein! Oh, boi! Wie ich euch hängenbleiben sehe. Oh, das tat weh. Ja, 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 ja! Nein! Hinten auf den Hügeln sitzen da auch ein paar Sniper und schießen sich weg. Ja. Muss ich auch mal drum kümmern. Das wäre echt ein guter Job, wenn David hinter Dora die Hügel. Warte Marvin, Marvin, warte kurz. Ich präpariere gerade. Ich komme. Hinter Dora quasi weg von der Schüssel. Dann fahre ich mal das mit dem Panzer an. Fuck, ich habe keinen MG dabei. Ich muss die alle sauberst... Ja, da oben sind sie. Wo ist der nächste Panzer? Der Dora ist keiner. Der schießt noch nicht. Ober-E-Mail ist ein... Oh, Helikopter, Helikopter, Helikopter. Einer Sniper habe ich. Wer ist eigentlich in der Luft und kümmert sich um den Helikopter? Ich hatte es versucht, war nicht gut. Vorbei, ich habe ihn einmal böse getroffen. Da kriegst du jetzt weg, da die Typen. Ich könnte hier mal einen Gunner gebrauchen. Ich habe kein MG dabei. Ich habe nur mein normales Gebumse. A.A. steht hinter Dora und Panzer steht links von Dora Richtung Cäsar. Ist der Hügel eigentlich mittlerweile schniepererfrei? Ich habe zumindest ein paar weggemacht da. Ich kriege irgendwie keinen Schuss nachgeladen. Das ist ein bisschen ätzend. Ne, aber auf dem Hügel sind dafür jetzt Anti-Panzer-Menschen. Ich möchte nochmal in den Frogfood rein. Der war ganz cool jetzt mit dem Laser-Booms. Da haben wir Trevi auch mal Bodenziele. Ja, Spacken jetzt. Der Weg, Alter. Oha, es regnet. Was? Ich will auch. Das ist nicht zu knapp. Typ, warum klaust du jetzt mein Quad hier, ey? Mistig. Hier, willst du mit drauf, Marvin? Ja. Die A.A. steht zwischen D und E. Häng dir nochmal zu vier dran. Häng mir nochmal drei dran. Damit es ein bisschen mehr Bums hat, die Geschichte hier. Okay, ich versuche mich nochmal an der Lufthoheit. Ach nein. Chrissy. Ja, der Typ ist uns voll in die Spur gefahren. Oh. Die A.A. schießt aber hart auf mich derweil. Woher hast du hin? Ich bin Schüsse gehört. Ja. Deswegen fahren wir einfach im Kreise. Weil es ist auf jeden Falle wichtig. Oh, muss ich krass nachreiben. Fucking hell, ich hatte ihn fast. Diese dumme A.A. Kann man wieder die dumme A.A. wegmachen? Wo sind wir, ey? Zwischen D und E. Weißt du, was wir machen? Wir jumpen jetzt hier hinten richtig schön Richtung E. Ja, aber sie ist halt zwischen D und E. Also ihr seid sozusagen wieder von der falschen Seite dran. Alter. Ich stelle dir mal vor, du bist ein Panzer und stehst da bei E. Und dann kommt da einer an. Ich habe mein eigenes Quad. Ja, sehr gut. Wir verlieren trotzdem. Irgendwas schießt du ja auf mich. Hier vorne steht irgendwann ein Panzer. Oh nein. Alter, was macht das jetzt ohnehin? Scheiße, die Wandern. 60-4, Alter, der Arnold. 60-4. Holy fuck. Der Mann ist gut mit Panzern. Gut, und wir hatten nicht die Lufthoheit. Das macht es natürlich schwieriger. So, Nachbarstadt ist gestern ein Auto unter der Unterführung abgesoffen. Wir haben eine Unterführung und da steht halt immer das Wasser drin. Und ja, in der Regel fährst du da halt einfach nicht mehr durch. Und da ist ja durchgefahren, steckend blieben. Und da hat sich die ganze Nacht geregnet. Und die Brücke unter der Unterführung ist irgendwie vier Meter hoch. Und das Wasser hat zweieinhalb Meter hochgestanden. Au. Du bist immer wieder sehr leise. Das ist tagesfrauabhängig. Ohne Scheiße, das verstehe ich auch nicht. Entweder du flüsterst oder man hat das Gefühl, dass du... Du suchst noch das Maß. Ja, ich weiß es auch nicht, was ich dir...